Das Pauschal-Rundschalung-Sortiment ist mit allen anderen Systemschalungen von Pauschal-Kompatibel. Mit dem Verbindungsbolzen lassen sich TTR-Segmente mit Neo-R- und Raster-Elementen kombinieren. Die Kombiklammer verbindet Segmente der TTR-Trapezträger-Rundschalung mit Logo-Elementen. Ein nahtloser Übergang von TTK-Segmenten zur Logo-Wandschalung wird mit der TTK-Multiklammer realisiert. TTR- und TTK-Segmente werden mittels TTK-Verbindungselement, dem Verbindungsbolzen und der TTK-Schraube verbunden. Diese Lösungen machen alle Pauschal-Systemschalungen vollumfänglich kompatibel und ermöglichen ein flexibles und zeitsparendes Schalen.